Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tesla Nachrichten, heute mit einem Update rund um das Thema Tesla Kompaktwagen. Wir haben bereits lange Zeit darauf gewartet, aber mit dem Tesla Model 3 Highland als Facelift, welches ja jetzt außer mit der Performance Variante bereits abgeschlossen ist weltweit, geht es als nächstes erstmal ums Model Y. Da wird es ein Facelift geben, der Cybertruck wird gleichzeitig hochgefahren in Austin, Texas und dann kann im nächsten Jahr es endlich mit dem Kompaktwagen losgehen. Das ist hier wie gesagt eine Skizze, die ist schon über ein Jahr alt, somit auch nicht aktuell mit der Frontseite, die sicherlich nicht so aussehen wird. Was aber viele Spekulationen nährt, ist natürlich eine Produktion in Austin, Texas. Wird man jetzt beim Kompaktwagen in die Richtung Kompaktwagen mit einem Model Y Design gehen oder wird man eben halt nochmal was ganz Neues machen, was in die Richtung Cybertruck Design geht? Was gegen den Cybertruck Design Stil spricht, ist natürlich auch das Thema Sicherheit, das Thema Knautschzone und wir wissen ja bereits, dass jetzt immer noch nicht eine Genehmigung für den Cybertruck in Europa da ist und das auch in Zukunft sehr, sehr schwierig wird. Somit glaube ich, dass es eher in die Richtung Model Y Design geht und dass man hier entsprechend einen Kompaktwagen draufbaut. Das ist nämlich zum Beispiel auch ein Design und dieses neue ganze Projekt soll wohl Redwood heißen, also so wie wir Unipar fürs Model Y haben und so wie wir ja auch Highland fürs Model 3 haben. Redwood wiederum erinnert ein wenig an Redwood Materials, könnte also auch eine Partnerschaft sein, denn Redwood Materials expandiert ja beim Thema Batterie Recycling sehr, sehr stark und hat hier sehr viele Dinge vor. Somit könnte auch hier eine Zusammenarbeit da sein, die mit diesem Fahrzeug direkt zu tun hat. Da können wir aber natürlich noch nichts zu sagen, was da so ganz genau dann passieren wird. Es bleibt also jetzt spannend, wann dieses Fahrzeug tatsächlich kommt. Wenn man den Quellen von Reuters traut, dann soll es wohl Mitte 2025 losgehen. Deswegen möchte ich nochmal die Chance nutzen, auf dieses, was ich hier dir vorbereitet hatte, auch schon in einem anderen Video zurückzugreifen. Wir haben in diesem Moment eine fortlaufende Entwicklung der bestehenden Modelle. Wie ich gerade sagte, das Tesla Model 3 Highlight. Als nächstes kommt das Tesla Model Y. Ob das jetzt in China, sofort jetzt beim chinesischen Neujahr passieren wird, oder jetzt vielleicht sogar Ende Januar in Deutschland, weil sie die Produktion erstmal einstellen müssen, das sind natürlich noch offene Fragen, aber in 2024 wird es auf jeden Fall passieren. Ende 2024 wird es dann in Richtung USA gehen, genauso wie ja jetzt auch mit dem Highland die finalen Auslieferungen bevorstehen, hatte ich ja gestern bereits darüber berichtet. In 2025 wiederum hat dann Tesla auch die Möglichkeiten, loszulegen mit einem Kompaktwagen. Mitte nächsten Jahres sollte auch die Produktion des Cybertrucks schön hochgelaufen sein, die Kostenstruktur also damit auch nicht mehr so hoch sein, denn natürlich macht man in diesem Moment mit dem Fahrzeug selber und den ganzen Produktionslinien und dem Aufwand noch gar keinen richtigen Profit. Das bedeutet, in 2025, wo könnte also in circa 14 Monaten, 15 Monaten eine neue Produktion starten? Ja, in diesem Moment muss man ehrlicherweise sagen, man kann sich nicht vorstellen, dass bis dahin alle Genehmigungen und alle Formalitäten und der Bau gleichzeitig fertig ist, um eine Produktion in Grünheide möglich zu machen, halte ich bis dato noch für unrealistisch. Mexiko, ja, wenn die jetzt im ersten Quartal endlich wirklich mal loslegen, dann sind natürlich da Möglichkeiten, aber auch nur, wenn man entsprechend einen Teil der Fabrik schon für die Produktion freigibt. Dagegen spricht wiederum das Buch über Elon Musk, in dem ja auch berichtet wurde, dass entsprechend man eigentlich diese ganzen Leute, die sich mit dem Auto beschäftigt, in Austin, Texas hat. Und das sind auch hier die Aufnahmen von Jeff Roberts. Wir sehen hier den Cybertruck zum Beispiel, wie er schon an Kunden ausgeliefert wird. Was spricht noch für Austin, Texas? Erstmal haben wir in Amerika die Förderung. Die hilft natürlich, das Fahrzeug noch günstiger anzubieten. Außerdem gibt es Unmengen an Expansionsmöglichkeiten. Selbst das bestehende Gebäude wird ja noch weiter ausgebaut. Eine Produktionslinie ist also ganz, ganz einfach dort in Austin, Texas zu installieren. Außerdem gibt es eben halt auch die Möglichkeit, hier auf alle Expertise zurückzugreifen, denn es ist nun mal das Hauptquartier. Das ist, wo Tesla nun jetzt sitzt, nämlich in Austin, Texas. Fremont fällt auf jeden Fall schon mal raus. Und dann bleibt natürlich nur noch die Frage Giga Shanghai. Wir wissen, die Chinesen können Dinge sehr, sehr schnell bauen. Also wenn man jetzt innerhalb eines Jahres hier was hochzieht, das würde ich den Chinesen tatsächlich noch zutrauen. Das bedeutet aber auch, dass es in den nächsten zwei, drei Monaten dann auch losgehen müsste. Und das wäre ja vielleicht sogar noch möglich, wenn man die vergangenen Treffen in China mit Elon Musk und der lokalen Regierung so betrachtet. Ja, also es bleibt spannend, aber Mitte nächsten Jahres, das ist das, was wir jetzt erst mal anpeilen können. Warum ist das auch wichtig, dass es eine Fabrik in China gibt? Eine Fabrik in China erlaubt es eben halt auch weiter in China zu wachsen. Wir haben jetzt hier sehr, sehr starke Zahlen inzwischen. Also das erste Quartal 2024 könnte in China weiter Wachstum bedeuten. In diesem Moment sind zum Mischen die Wochenverkäufe sehr, sehr gut im Vergleich zum letzten Quartal. Und ein weiterer Aspekt, der wichtig ist, hohe Konkurrenz in China. Kleinwagen wie bei BYD funktionieren sehr, sehr gut. Und natürlich würde China es auch ermöglichen, im besten Falle auch zu exportieren, was wiederum für Kunden in Deutschland und für dich interessant ist. Ein weiterer Aspekt ist natürlich auch das Wachstum. Wir alle wissen, ob es Stellantis ist oder ob es auch VW ist, obwohl wir jetzt bei VW weniger wissen, wann wirklich der ID.2 All mit hundertprozentiger Sicherheit kommt. Wachstum wird beim Volumen generiert und Volumen ist eben halt Kleinwagen, Kompaktwagen. Und da geht es natürlich um das Wachstum in 2025 und dann natürlich den folgenden Jahren. Wenn man sich jetzt hier mal Troy Tesla anschaut, der inzwischen sehr, sehr kritisch mit Tesla umgeht, geht er davon aus, dass es 13,9% Wachstum von 2023 zu 2024 geben soll. Ich persönlich halte das doch für sehr, sehr negativ gehalten. Du siehst die 737.000 für die USA, 42.000 für Kanada, 349.000 für Europa, 790.000 für China und 140.000 für den restlichen Teil der Welt. Ich kann mir schon vorstellen, dass Tesla sicherlich die 2.200.000 locker schaffen sollte. Eigentlich muss es aber noch ein bisschen mehr sein, wenn man die ehrgeizigen Ziele erreichen möchte. Was natürlich in solch einem Zahlenwerk nicht mit einfließt, sind natürlich mögliche Preissenkungen. Wir haben ja Preissenkungen in Deutschland gesehen, aber in einigen anderen Ländern zum Beispiel ist noch gar nichts passiert. Auch hat man vielleicht auch noch in den USA weiter, speziell wegen der Förderung noch Spielraum. Also es gibt viele Dinge, die dazu führen können, dass Tesla eben halt sein Volumen noch weiter nach oben fährt. Und das wird auch von Tesla erwartet. 13,9% ist definitiv nichts, womit sich die Börse zufrieden geben würde und auch sicherlich nicht Tesla intern. Jetzt hat man im letzten Jahr nur ein Wachstum von knapp 40% gehabt. Somit ist man natürlich gezwungen, auch dieses wieder etwas nach oben zu ziehen, wenn man das Versprechen wahrmachen möchte, durchschnittlich über 50% zu wachsen. Ich freue mich auf dein Feedback zu dem ganzen Thema Kleinwagen und wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut, bis dann und tschüss.